Gemeinsam etwas planen Sie erwarten einen gemeinsamen Freund, der vor einem Wochenende in Ihre Heimatstadt kommt. Er kennt Ihre Stadt noch nicht und Sie möchten den Aufenthalt für ihn planen. Überlegen Sie, was Sie gemeinsam unternehmen können. Sprechen Sie über die Punkte unten. Machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners, Ihres Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Wo und wann treffen? Welche Verkehrsmittel benutzen? Bus, Taxi und so weiter. Welche Sehenwürdigkeiten besuchen? Wohin am Abend gehen? In diesem Prüfungsbeispiel wurde exemplarisch die deutsche Stadt Köln als Heimatstadt des Prüfungsteilnehmers aufgenommen. In der Prüfung sollten die Kandidaten sich auf ihre Heimatstadt, ihre Heimatland, beziehen. Teilnehmer A Also, Georg hat gesagt, dass er am Samstag nach Köln kommt. Was wollen wir denn unternehmen? Teilnehmer B Er kennt die Stadt ja gar nicht. Darum glaube ich, dass wir ihn gleich am Bahnhof abholen sollen, wenn er ankommt. Teilnehmer A Richtig, das machen wir. Wir treffen uns also gleich am Bahnhof. Teilnehmer B Ja, sagen wir am Samstag um 12 Uhr und dann nehmen wir den Bus in die Altstadt. Was meinst du? Teilnehmer A Genau, das ist billiger als ein Taxi. Und dann können wir gleich in der Stadt bleiben und die wichtigsten Sehenwürdigkeiten besuchen. Teilnehmer B Du meinst den Kölner Dump? Das Wallraff-Richard-Museum, die Höhenholzenbrücke und das historische Kölner Rathaus? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Teilnehmer A Prima, das ist ja alles im Zentrum und wir können zu Fuß gehen. Teilnehmer B Und wir können auch in der Altstadt etwas essen. Was meinst du? Teilnehmer A Natürlich, ich kenne da ein tolles Restaurant mit rheinischen Spezialitäten. Es ist nicht teuer und das Essen ist wirklich sehr gut. Einverstanden. Und was machen wir am Abend? Sollen wir ins Kino gehen? Teilnehmer A Hm, Kino finde ich nicht so gut. Gehen wir lieber in ein Café an der Rheinpromenade. Da kann man sitzen und sich unterhalten. Teilnehmer B Du hast recht. Das ist vielleicht besser. Wir sind dann sicher auch müde von herumlaufen. Teilnehmer A Übrigens, Georg hat mich auch gefragt, wo er übernachten kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das kostet nichts und dann braucht er kein Geld, für ein Hotelzimmer auszugeben. Teilnehmer B Sehr gut. Ich kann ihn leider nicht zu mir einladen, weil meine Wohnung so klein ist. Teilnehmer A Dann ist dir alles klar. Teilnehmer B Ja, ich glaube auch. Ich freue mich schon. Teilnehmer B